Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 31. Folge von Let's Play Bus Simulator 18 mit mir auch mal wieder in Riesa. Wir sind zurück in diesem wunderschönen Let's Play. Wir fahren jetzt die Linie 31. Sie führt uns von Oakville Zentrum zur Seilerstraße. Die Fahrzeiterung geführt zwischen 10 bis 15 Minuten. Unser Fahrzeug ist am März. Wir fahren im Regen und am Tag. Wir fahren jetzt auch direkt los und ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und gute Unterhaltung. Nächster Halt. Sieg bald. Nachrichtstraße. Dafür der Fahrgäste. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf der Linie 31. Sie führt uns von Oakville Zentrum zur Seilerstraße. Mein Name ist Julian Riesa. Ich bin heute hier Busfahrer. Und werde uns den sicheren Samstag durch das schöne Seaside Valley begleiten. Falls ihr fragt und andere Linie haben, könnt ihr gerne zu mir nach vorne kommen oder mit mir gehen. Deswegen schließe ich hier als Busfahrer auch gerne zu besuchen. Aber bitte lassen Sie mich nicht mit unbedingten Fragen. Dankeschön. Meine Lieben, ich hoffe euch da draußen geht es allen gut. Mir geht es auch gut und es folgt mich zu sehen, dass euch meine ganzen Let's Plays oder Leistungsegal von was so gut bei euch ankommt, das hätte ich echt nicht ermöglicht gehalten. Und in drei Tagen ist schon Silvester und ich hoffe, dass wir bis Silvester noch, bevor das neue Jahr anfängt, noch die 100 Abonnenten erreichen. Und das ist mein Jahresziel. Und das würde ich gerne mit euch zusammen schaffen. Ach stimmt, es war Gruyère. So, jetzt sage ich, wir schauen uns jetzt. Okay, ich soll, hombre, wir kommen zu euch Internet. Genau? So? Der theology wird auch runter. So ich nr. So, ich kann jedenfalls Síl undundred ropeisch zu lösen. Das war ja mal wieder ein Satz mit Exit, ich bin um die Kurve gerutscht. Toll. Aber wenigstens bin ich die Chemie, das hat ja auch nicht so viel gekostet. Das nenne ich guten Service. Das stimmt, meine Dame. Coole Karre. Ja, coole Karre, das stimmt. Nächster Halt, Rathausgasse. Hast du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Nächster Halt, Rathausgasse. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter, der Leidenschaft, hat so viel von der aktuellen Anruhe gegründet. So, bitte nicht Spoiler. Wir sind. Nächster Halt, Punikgasse. Nächster Halt, Punikgasse. Wir sind auf dem Namen Spiel. Sehen. Nächster Halt, Punikgasse. Nächster Halt, Punikgasse. Nächster Halt, Punikgasse. Nächster Halt, Punikgasse. Dankeschön, Stefanie. Was zum Geier ist das denn in Deutschland? Hört, das kann ja nicht sein. Gelaube dich! Hast du die letzte Fol- Nein! Nicht Spoiler! Ich bin noch nicht Spoiler. Nächster Halt, Wildnis Theater. Nächster Halt, Wildnis Theater. Ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich die ganze Arbeit. Ja, wir haben Fahrt. Hallo, meine Fahrt. Hallo, meine Fahrscheine, bitte. Äh, was? Klar. Äh, was? Ach so, hier. Hier ist die Fahrt. Hier, bitte. Wo hab ich denn... Da hab ich das schon kontrolliert. Ah, hier, bitte. Dankeschön. Nächster Halt, Seiler Straße. Endstation, bitte alle ausschneiden. Terminus, please just about you. Ach, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Nächster Halt, Seiler Straße. Endstation, bitte alle aussteigen. Das wäre nicht die perfekte Parkposition. So, meine Lieben, das war's dann für heute. Erst dann. Vielen Dank für's dabei sein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne kostenlos das Abo und ein Like. Da würde mich sehr darüber freuen. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund, baut keinen Mist und bis zum nächsten Mal. Euer Südane Hüster. Tschüss. Und das war unser Bus in Sametels Benz O530 Hitaro K.